Und damit herzlich willkommen zu Angry Birds Star Wars Hals, Maul. Ähm, ein weiteres Let's Gammel. Das Spiel ist eigentlich gar nicht so gammelig, aber wir spielen das jetzt gammelweisch. Und dieses Schwein regt mich auf. Tatooine, level 1. Oh, kann der schon was? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal. Doch, der kann schon was. Ja, logisch kann der Laser Schwert. Wissen zu gut. Drei übrig. Scheiß, ich war. Nein. Fuck, ich war das erste Mal besser. Kein Highscore, das ist ein Fehler im System. Meinst du, man kann das mit einem schaffen? Ja. Wie denn? Die Drecksau. Auf den schleudere ich den jetzt und schneide ihn durch. Der hat nix mehr zu melden hier. Aber ich war besser wie beim ersten Mal. Da hatte ich nämlich bloß 27.000. Jetzt haben wir nämlich 42. Stern, Stern, Stern. Ach komm. Ich schaue ich nicht mehr gesund aus, die Typen. Komm, komm, jetzt. Komm, geht noch. Nein. Ja, sicherlich. Du mich ja auch, ey. Ich kann zwar kackst du's. Boah, no. Da wollte ich schon loslachen, ich hab schon gemerkt. Neuer Highscore, oder? Wo schneiden wir durch? Da. Nein. Da hast du dein TNT. Ja, wir alle. Wo ist denn da oben? Jawoll. Pro Gaming. Ja, logisch bin ich besser als der Highscore. 61.000, das sagst du nix. Oh Gott, Zwischensequenz. Ja, das war natürlich die mega Zwischensequenz. Aber voll Heidi Finishing Show, gibt dir die Grafik. So. Oh, der kann Macht. Jawoll, Blu. Ahem. Ich wollte mal, Bruder Hasselhoff. Ach, wir dazu bloß eine Folge, ne? Jeder fünf Minuten, das geht dann schon. Boah, der schießt. Kann man Schüsse abwehren? Ja, Mann. Kann man das so unten umwerfen? BAMS. Ja. Natürlich bin ich, Bruder, immer. Nichts. BAMS. 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 Ja. BAMS. Ja. BAMS. 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 Ja. BAMS. BAMS enttäuscht mich hießen sie genau noch nicht schockt die Grafik schließende Bewegungen ja hat wir nehmen mit hd micro aufweist ja zu weit weg die karte ja das ist dieses blöde jetzt oder doch ja ich krieg noch mal 10.000 punkte von dem kollegen hier und zwischen sich wünschen ist ich wünschen sie kennt kugel so sie haben fällt es nicht um es muss im Fallen nein die Drecksau Schau der Tür der Ton würde jetzt umfallen Batsch ja ja aber neuer Highscore 5 Minuten 5 Minuten du bist dran bist du ein Sound oder brauchst ja ich will Sound Highscore so ich werde alles bohr nur ein Stern ey das geht nicht Flo so fuck was mein Scheiß warum muss das Scheiß gerade die Richtung gehen so ich spiele hier gerade zum ersten Mal ich wollte schon wieder zu WSD greifen also nicht zum ersten Mal überhaupt Angry Birds aber das erste Mal im Computer was ist das denn für eine Scheiße warum hält er seine Pistole so krüppelig heierliche jawoll wie ich einfach besser war als der Highscore ey das verdient 3 Sterne würde ich sagen warum schieße den noch jawohl sogar 3 Sterne ey da hast du es Flo oh warte fuck das muss doch normalerweise ja so stylo so nein 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 ja 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 nein ja nein nein ja und wieder besser als der Highscore heute läufts Junge ach ich dachte es klappt so auf es klappt auf Highscore so was haben wir boah der ist ja voll der Motherfucker ey wenn der überlebt hätte meine Freunde ich hab's halt einfach drauf voll awesome und so ja 3 Sterne ey Standard würde ich sagen ich muss mehr sehen ich muss mehr sehen ich wollte das Ei da oben scheiße ich dachte ich schaff's ich will das Ding nach oben treffen NEIN scheiße ich fahr trotzdem besser als der Highscore ich fahr trotzdem besser als der Highscore ich fahr trotzdem besser als der Highscore ne alter nein 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 so ein kleiner Wichser so kein kleiner Wichser das engages Nein! Was ist das denn? Nein! Bäh, Junge! Boah, ich dachte, da geht nichts mehr. Ja, das war... Dieses kleine Schnipselchen! Doch, ich war besser als der Highscore. Nein, war ich nicht! Ich hab keinen mehr! Nein! Besser als der Highscore! Ja, gleich mal wieder... Wiederholen. Boah, das Spiel bockt sich. Wo bleibt der zweite Stern? Oh, der hat Zeitzünder! Ja, der Zeitzünder voller! Ja! Jawohl! Und jetzt? Jetzt ist es geschafft! Warum? Der stirbt doch noch nicht! Ich glaub, das war so gewollt! Wo bleibt der zweite Stern? Wo bleibt der dritte Stern? Ja, scheiße! Alter, 71.000! Ja, da war ich mal hart pro-Gaming-like! Das ist denn das letzte? Ich hab aber noch Bock drauf! Gah! Ja! Ja, das Ding wedelt jetzt ohne das Tio! Alter, das ist ein Pferd hier so! Ja, wir können ja noch ne Folge machen! Warte, nein! Nach dem Level wenn dann! Ob er das Level schafft, seht ihr in der nächsten Folge! Mal!